Am 19. Mai fand zum vierten Mal der Kulturmarathon am CSG statt. Teilnehmen konnten Schüler, Altschüler, Lehrer, Eltern. Abends fand noch die Jazz-Soiree der Big Band statt. Die acht Stunden waren gefüllt mit allen möglichen Beiträgen. Es war ganz toll. Schaut mal rein. Musik Das Musikstück beginnt mit meinem Gebet. Viel Freitag. Musik 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 And I sing it all I got all I need when I got you and I I look around me and see the sweet light If you want a lover I'll do anything you'd ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you That's just the way it is Wie ihr gesehen habt, war das Programm sehr vielfältig. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben Und an Frau Werle, Frau Damm und die SMV fürs Organisieren Und an die Eltern fürs Bewirken Wir freuen uns schon auf den Kulturmarathon 2018 Wir freuen uns auf den Kalabau Kalabau Wir freuen uns schon auf den Kalabau